Hi, Topka hier. Da Rio gerade im Urlaub ist, bin ich heute mal alleine. Ich wollte die Gelegenheit aber einfach mal nutzen und mich bei allen fürs Zuschauen und fürs viele positive Feedback bedanken. Wir wissen das wirklich zu schätzen. Gleichzeitig möchte ich die Gelegenheit nutzen, ein paar Sachen zu konkretisieren und auf ein paar Fragen bzw. Feedback einzugehen. Wir hatten in Episode 0 gesagt, dass wir planen, einmal im Monat eine Folge zu veröffentlichen. Das Ganze haben wir jetzt ein bisschen angepasst und planen jetzt, alle drei Wochen eine Folge zu veröffentlichen. Das bedeutet, dass die nächste Folge am 22.02. veröffentlicht wird. In dieser Folge wird es um Events im Allgemeinen und um Jumptown im Speziellen gehen. Des Weiteren haben wir uns dazu entschieden, den Veröffentlichungszeitpunkt auf 20 Uhr zurückzuverlegen, da dort dann mehr von uns im Live-Chat teilnehmen können. Zudem haben wir vor, eine Live-Folge des Combat Talks mit ein paar Gästen aufzunehmen, wo wir direkt auf Fragen aus dem Chat eingehen und einfach mal so ein bisschen vor uns hin philosophieren können. Zu guter Letzt, solltet ihr noch Wünsche für Themen oder Inhalte haben oder selber einmal zu Gast bei uns im Podcast sein, scheut nicht, euch bei uns zu melden. Ihr könnt es entweder über die Kommentare, bei uns auf Twitter oder bei uns im Discord tun. Links zu allem findet ihr unten in der Videobeschreibung. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und wir sehen uns spätestens bei der nächsten Folge. Zuhören und wir sehen uns beim nächsten Mal.